Hallo und herzlich willkommen, Freunde, zurück zu einem weiteren Part Let's Play Together Rainbow Six Siege hier bei uns auf dem Konfig-Kanal. Oh, da war doch, glaube ich, schon eine Drohne, ne? Hallo. Mit Kupa, Daniel und Zap und mir, dem jungen Bernie, kommt noch später irgendwann dazu, wenn überhaupt ein Part... Machst du, Karl, Zap? Nice. Wenn davon überhaupt ein Part erscheint, wenn Bernie dabei ist, weil ihr kennt das ja. Dies, das. Wie konnte... Das konnte jetzt... Ich glaube, doch. Kann das nicht sein? Oder hat irgendeine aufgemacht? Naja, ich hab hier auch nicht gemacht. Oder er hat unten durchgelunzt. Das kann natürlich auch sein. Das ist möglich. Hä, doch, hier ist auf. Hier ist auf einmal auf. Oder dann ist noch drei Reu. Ja, das wäre schon zu mit Dings, ey. Ihr drei habt alle keine Rüstis. Ich hab Rüstung. Oder zwei halt von euch. Ich hab Rüstis. Soll ich noch irgendwo reinforce'n? Guckt, einer Cam? Ich hab jetzt Bock auf Rüstis. Ich mach keine. Einer Cam. Dann, willst du dir noch deine? Ja, ja, ja. Ey, nach außen. Hier wird geschossen von, äh... Hier an der Castlewand wird geschossen. Glass haben wir auf jeden Fall. Boah, wie oft Glass jetzt gespielt wird, ne? Hatte ich auch schon vor, das mal zu probieren. Also die Castlewand, da wird geschossen durch. Kann die Glasswaffe durch die Castlewände-Dinger schießen? Ja. Kannst du auch durch zwei Castlewände schießen? Da hab ich aber zu ruhig Glück gehabt. Da hab ich ziemlich Glück gerade gehabt. Die Glass kann auch durch Brick, äh, kann eigentlich durch alles gefüllt schießen, außerhalb durch Steine, ne? Macht Sinn und alles andere, härtere. Kaboom. Okay, die Castlewand neben uns ist weg, Sub. Äh, von wo? Von der Tür, da? Hinter dir, Koopa. Ja, ich weiß, vom Nebenraum da. Ja, aber hinter dir kannst du jetzt abgeballert werden. Die ist auf, der? Das Fenster hinter dir ist auf. Ja, ich bin da auch. Koopa, das Fenster hinter dir ist auf. Ja, ich weiß. Ich bin da im Regal, ich kann von hinten nicht auf mich nachdenken, solange die nicht reinkommen. Wieso, die schießen da verzweifelt auf mich, aber treffen mich nicht. Ist Kreni nicht in dem Raum? Der ist in dem Vorraum, ja. Oh. Oh, Thatcher kommt von uns. Die werden da jetzt kommen. Das ist jetzt, was, gerade ist dieses scheiß Regal, oder? Ja, und Kreni ist tot. Ja, Kreni war da. Guck mal, ob da ein Fernvermacht kommt. Ich geh heuer. Äh. Hinter dir. Ja, ich kann nicht weg. Wenn ich weglaufe, bin ich auch tot. Okay, Sub, die kommen jetzt hier links. Und geradezu. Oh, hinter mir wird aufgesprengt, das hab ich nicht gehört. Ja, ich lieg hier am Fenster, Sub. Die kommen links von dir. Daniel, Sub, die kommen links von euch. Hm. Ich muss... Einer kommt jetzt zu euch. Oh, oh, er kratzt. Oh, tue ich nicht für Tür. Die Gegner sichern den Bio-Gefahr-Rut-Behälter. Mission gescheitert. Die der Krennerte haben sie uns raus geluckt. Da machst du nix, wenn du so eine No-Lifer als Gegner hast. Oh, und der Level-12er, der Lappen von hierher, der macht alle. Wieso hab ich keinen Kill bekommen? Hab ich nur Assist? Scheiße, ich hab mich hinter mir gematt, dass aufgesprengt wurde. Leider, in der Panik. Der Bio-Gefahr-Gut-Behälter muss jetzt lokalisiert werden. Alter, Kobold, die sind auch im Arsch der Welt gespawnt, ey. Auf jeden Fall. Hm, ich glaub, die sind, ja, die sind Küche. Beziehungsweise Küchenvorraum. Okay, Capcom, Rook und Castle. Das heißt, die haben zwei mit dicken Rüstungen auf jeden Fall. Und Frost, die hat auch halbdicke, halbmitteldicke Rüstung. Das sind fünf Sekunden. Plus Rook, das wird schwer. Küche sind die? Wir möchten aus Eis probieren. Wobei die eher Küchenvorraum sind, oder? Hier, da, da. Castle, ihr müsst grad schnell ins Küchenferenzimmer gehen. Da schaut mit hinten und macht grad was dran. Ich kann grad nicht schnell. Jetzt nicht mehr, jetzt nicht mehr. Ich schau da grad nämlich schön mit der Drohne durch. Da hab ich hier ne schöne Bio auf den Küchenraum. Jetzt kommt der Castle wieder rein. Jetzt kommt er jetzt wieder. Ja, genau, sehr schön, Junge, sehr schön erwischt. Jetzt achtet der Blitzer auf dich. Ich markiere ihn die ganze Zeit. Der läuft nach vorne. Ich muss gar nicht in der Runde arbeiten. Ich mach die ganze Zeit nur Drohnen schocken. Und da ist der Capkin, da ist der Capkin. Hab ihn verletzt. Hab einen verletzt. Hier in der Küche. Der campt da nämlich und schaut auf die Küche. Aber er könnte ihn leider nicht durch das Loch laufen. Ich könnte die Jungen jetzt so einen schönen Hedder geben von hinten. Küche ist einer verletzt. Zeit mal für mich zu bewegen. Ja, es ist wahrscheinlich der Bandit. Der Capkin liegt da tot. Der Bandit liebt, der Bandit liebt wieder. Okay. Der Capkin lag da nicht. Ja, dann war das der Bandit. Der wurde dann wiederbelebt. Dann lag der nicht in der Küche. Der guckt einmal um die Ecke, drückt einmal auf Schießen und drückt mir einen Headshot. Alter, was ist denn heute los? Ich krieg einen Headshot nach dem anderen. Immer da hab ich einen gemacht. Warum, was? Ich Puls? Nein. Die haben keinen Puls. Okay. Sub, da wird keiner kommen. Wenn du ans Fenster gehst, Sub, wenn du da oben durch den Schlitz guckst, links, da ist ein offener Raum. So geradezu. Genau, wenn du da jetzt guckst und dann links. So links schräg. Genau da, wo die Tür ist, die offene. Genau. Und dann rechts davon. Okay. Da haben die wieder für barrikadiert. Kann sein, dass da jetzt aber auch einer drin ist. Rechts, noch weiter rechts war der? Ganz rechts war der da. Also rechte Seite der Barrikade. Genau da, da. Schlau. Ich hab vorbeigesetzt. Ich hab den Headshot gedrückt. Ich hab den vorbeigesetzt, den eben schon. Da links. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. Boah, Kupa. Die hätt's aber kriegen können. Der hatte nicht auf dich... Nein, komm! Alter. Ist du tot? Nee. Bei mir ist voll... So, Verletzungsassistent. Nice. Okay. Rechts, Kupa. Rechts von euch. Wo rechts? Nee, warte mal. Wo seid denn hier? Hä, der Bandit war doch in dem Raum, Sub, oder? Nee. Also ja rechts in dem Raum. Beim... Beim Dings ist der. Beim... Gefahrgut Dings. Hä? Ist der jetzt im Dings Raum? Okay. Ja, das war auch die ganze Zeit. Okay, hab ich grad. Ach stimmt, wir haben ja vom Fenster aus geschossen gehabt, ne? Okay, hier ist keiner. Okay, gang ist einer gerade durch. Zwischenstand 1 Minute 15 habt ihr noch. Die Drohne aktiviert. Hm. Daniel, da kommt gleich, glaub ich, einer. Er verfolgt Kupas Drohne nämlich. Hä? Oder? Ja. Einer hat auf deiner Drohne, glaub ich. Wie heißt das hier einer irgendwo? Ja, genau da. Hm, in dem Raum ist grad keiner. Ja, aber da ist gleich einer, wenn du da durchguckst. Dann geht doch da mit allem Mann rein. Kupas geht doch da auch eben rein. Nicht alleine, Daniel. Die kommen doch jetzt alle. Wo bist du? Von wo bist du da reingekommen, Daniel? Ja, vom Dach aus. Also von oben. Okay. Okay, geht da rein, ja. Und da rechts. Nice, Daniel. Da kommt noch einer. Vorsicht, Kupas nicht reinkommen. Nice, Daniel. Oh, Fuse! Noll! Das war der eigene Typ, der dich weggefused hätte, Alter. Ja. Wenn die Runde ein paar Sekunden längeln gegangen wäre, wäre ich draufgegangen. Der hat das Ding aber erst nach dem Gewinn gezündet. Das heißt, Daniel hat einfach nur den Brecht gesichert. Die waren alle irgendwo. Die haben im Vorraum da gewartet gehabt. Also quasi im Gang. Der hat das Ding am Anfang geplantet, Daniel. Aber hat das erst gezündet, wo die Runde vorbei war. Der wusste ja, dass du da bist. Boah, wenn der mich gekillt hätte dadurch, boah, dann hätte ich ihn umgebracht, ey. Der hat das ja danach gezündet. Ja. Nachdem die Runde vorbei war. Aber es wäre lustig, so letzter Balken vor gesichert und dann Daniel tot. Nee, das wäre so. Koba hält sich vom Fenster aus. Wenn du vom Fenster reinkommen wärst, Koba, wärst du richtig leicht weggeknallt worden. Dann hätte ich den Typen aber eiskalt gekickt. Dann hätte ich keinen Bock mehr auf ihn gehabt. Ne Worte für Rausbruch. Warte mal, okay, ich plante das Ding mal da mal näher dran. Ob die Drohne da nicht reingucken können. Hallo, darf ich mal? Ja, da plante ich einen Mute, Koba. Okay, die haben das schon gesehen. Die wissen wahrscheinlich, wie viele sind. Na, wissen sie so. Halt. Nein, 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 nein. Kann mal einer die Drohne da wegmachen? Gott. Ähm, boah. Ich würde nehmen, ist eh auch Schluss, weil sie es eh immer finden. Kommst du raus? Und dann mach ich hier nochmal zu. Da führst du das später ziemlich geiles ab. Dann mal die Garage hier. Wenn wir reinfahren wollen. So, dann brauchen sie wenigstens einen Fetscher hier. Ich stehe gerne mit Mute. Nein, ich hab keinen. Obwohl, ich glaube, nein. Was sag ich denn? Guckt einer Camps, bitte? Ähm, ja, ich hab's doch schön in der Ecke gerade. Die Wand ist befestigt! Westen? Okay, Gobbencam ist kaputt. Ja, wahrscheinlich der Capkin ist direkt losgelaufen. Der hat wahrscheinlich keinen. Ich hab einen Stil. Na, Zapp, Vorsicht, Zapp! Geht er weg, Zapp, geht er weg. Die haben da, die haben da Dingsding gemacht. Fetscher. Ja, direkt. Boah, ich hasse diesen Raum. Oh, Drohne ist reingefahren. Die wissen, wo wir sind. Ja, das wusste ich vorher, die haben den schon entdeckt. Ja, aber ich mein, die wissen unsere Position, das mein ich damit. Ja, das ist blöd. Dann soll die mal wechseln. Ja, eher auch schlecht, weil die Garage offen ist. Das ist ein Schmord entdeckt. Ja, die Drohne hab ich gar nicht. Ja, wir werden da alle zusammen gefecht, wirklich. Okay. Könnt ihr die Drohne nicht wegballern? Hab ich schon. Oh, nee, da hab ich voll scheiße reagiert, Mann. Oh, schade. Schick, Koopa. Koopa, geh lieber Death und mach den safe. Die müssen kommen. Fuse. Oh, Rüstungspaket. Oh, einer ist oben drin. Einer ist oben drin. Ja, Koopa hatten. Ja, kannst du Daniel holen? So schön. Da ist noch einer Koopa vor euch. Ja, das ist der Fuse. Der ist jetzt da im Kamin. Nice, Koopa. War das der Fuse? Ja, hab den Fuse erwischt. Loy, da ist einer drin im Raum? Ja, der kommt von da. Von dem großen Loch kommt der rein. Ah, da ist eine Castlewand, da kann ich nicht durchkommen. Warum ist da eine Castlewand? Kannst du kaputt machen, so ist es nicht. Ja, aber wenn ich die kaputt macht, dann ballert der mich weg. Ja, das dauert ja ewig, bis du die aufhörst. Ich stehe hier gerade so schön erhöht. Hör da, hör da. Jetzt hab ich mich gerade umgedreht, weil hinter mir geschossen wurde, ey. Hättest du nie machen müssen. Ich hab dich beschützt. Aufpassen, die können auch von oben kommen. Es blieb noch, also alles ist gut. Ja, die kommen, glaube ich, runter, ne? Ich hab den auch schon angeschossen. Ah, die sind jetzt drin. Der ist hochgelaufen gewesen. Fuck, 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 fuck. Du hast ihn. Hab ich gefehlt. Ja, sehr schön. Kopa könnten wir noch holen, aber. Ja, hat doch was, macht doch. Alter, wie ich mir aber aus der Hüfte Headshot geben kann. Aus der Hüfte kann man besser Headshot geben. That was BS. Best luck. Bullshit. Was ist so bullshit? Nein, best shot. Best shot, ja. That was the best shot. Ja. Da sagt er im Internet auch. Hm. Der ist bei mir. Kommt hier von oben. Das ist Sledge. Hier ist der. Hm. Ja, der ist jetzt auch da gesprungen. Kommt jetzt gleich Treppel. Hier vor der kaputten Castle, wann kommt er gleich, wenn ich tot bin? Oder nicht? Das war halt echt Bullshit, muss ich halt zugeben, weil ich hab aus der Hüfte ihn Headshot gedrückt und er hat mich nur verletzt. Ja, aber was haben wir heute schon kassiert für Sachen? Ja. Ach doch, der war doch über die Treppe gekommen. Hatte mir den Kinn geklaut, der Kräne. Erstmal shooten. Haben wir Matchball? Halleluja, Freunde der Sonne. Was ist denn los? Du bist schon mal ein Pod zum Hochladen hier auch. Ja, Mann. Kopa? Ich wünschte, ich könnte... Daniel, ich hab die gleiche Statistik, aber er hat 200 Punkte mehr als ich. Ja, wegen Drohnen wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. Ich wünschte, ich könnte holen. Ja, von und zu hat sie meinen Monolog heute da fuck getwittert grad. Monolog? Was für Monolog? Ja, ich hab doch meinen Monolog angekündigt bei Twitter. Ach so, ja. Ja. Oh, hört sich... Ja, sieht aus wie Küche. Küche, 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 Küche. Äh, Kassel ist... Kassel ist AFK. Ich hab mich mal unter... Zwischen seinen Füßen gestellt. Ja, Dingser, Jung, 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 komm zurück. Es sind nur noch vier. Die kommen durch das Loch. Ich hab da durch dieses Loch ziemlich geile Assists gemacht, also Markierungsassists. Einfach da durchgeguckt und dann hab ich sie alle easy gespielt. Frage, Frage, soll ich noch mal Küche im Fenster gucken? Ich glaube nicht, ne? Ja, ja, mach doch. Naja, aber da gucken die doch drauf. Die gehen mir in seinen Headshot. Die sehen nur meinen Kopf. Wenn die mich treffen, ist mein Kopf tot. Ich schau direkt mit der Drohne. Ich kann sehen, ob dann direkt jemand... Ich bleib hier schon mit der Drohne und kann dann sicher gehen, dass da niemand... Ich hab Angst. ...das Fenster... Ja, ich hab Angst. Du, du, ich kann mit ein Schild. Sind die da alle drei oder ist einer... Ähm, Kerstel macht wieder gerade. Jetzt kannst du von hinten killen. Ja, ich muss da erstmal hin. Ja, ich weiß, jemand könnte ihn gerade von hinten killen. Perfekt. Ja, der, der, der... Wo war denn das? Jetzt ist er weg, leider. Hä? Verarsch mich, du... Alter, scheiß Wallhacker, ey. What the fuck? Ich war hinter einer Steinmann und er killt meine Drohne. Das ist meine wahrscheinlich auch tot, oder? Die war direkt daneben. Ja, du hast sie da direkt im Loch campen lassen. Wurde als erster abgeknallt. Okay. Die wissen, dass hier vorne einer beim Küchenfenster ist. Also kann gut sein, dass die da jetzt rausgucken. Ja, ich geh da jetzt auch nicht hin. Hier, ich markier nochmal Castle. Ich geh nicht Küchenfenster, weil das Einzige, was sie da sehen, ist der Kopfhabe. Wenn die schießen und ich treffe mal ein Haus. Ich hab ja Schild, ich könnte zumindest gucken einfach. Ja. Zwei sind nur im Raum. Oh, eine, oh, die wussten, dass ich oben bin. Fuck, einer ist oben. Na, sag ich ja, im Raum sind nur zwei. Boah, wie schlecht geschossen. Aber der ist ziemlich, ziemlich gehittet. Kreni ist oben. Schreib denen das mal. Äh, one up. Oh, ich hab denen schön gegen die Füße gehittet. Daniel, schreibst du das? Welche Taste waren das nochmal? Hier in dem Raum war er. Der mich schön gegen die Füße gehittet durch den Schlitz. Ist aber leider weggelaufen. Da ist einer. Ja, ich weiß, den hab ich schon angehittet. Das ist aber der Luke, der hat noch relativ viel HP, glaub ich. Ja. Oh, der von oben kommt jetzt runter. Ich lass dich kurz. Oh, dieser Wichser. Das ist nicht sein scheiß Ernst. Loy. Wo hat der mich jetzt gekillt? Ich hab den nicht mal gesehen. Keine Ahnung, ich hab den nicht gesehen. Ist der tot, sub? Ich hab ihn verletzt. Ah, der hat mich gekillt. Mach den weg. Nicht spielen. Könnt ihr's noch packen. War das der Bandit? Ja. Oder Jäger. Ein Schuss mit der Pistole und ich hab ihn instant verletzt. Das muss... Ja, der war schon verbraun von mir. Ich hab ja mit dem gerade geschossen. Pass auf, im Raum sind zwei. Castle und Capcan sind im Raum. Rook muss doch irgendwo... Rook war da, wo Kopa war. Zwei sind auf jeden Fall im Raum. Spiel mit Kreni. Er läuft jetzt halt rum wie ein Pansch. Ich kann nur seine Schritte annehmen. Ich kann ihn aber nicht mit der Drohne sehen. Ich wünsch, ich kann eine Markierung setzen. Kreni läuft gerade genau auf ihn zu. Stimmt, er ist hinter deiner Drohne, ist er, ne? Kreni läuft rückwärts auf ihn zu. Sub, da sind auf jeden Fall zwei drin. Ich weiß, wenn du mit Blitz reingehst, deinen Flash benutzt. Ach, okay, da ist der Rook auf jeden Fall. Kreni, pass auf. Ah, der hat sich auch auf die Sprengladung geschossen. Okay, die Bayern durch die Kasse. Hast du eine Sprengladung, Sub? Nee. Doch, hast du. Drei für drei. Drei für drei. Und schnell weg. Die Sprengladung ist aktiv. Da, Sub links, Nitro wegmachen. Oder, ja, das Nitro-Smoke. Mir war so klar, dass Kreni den Header kriegt, oh. Ich hatte es irgendwie nicht gefühlt. Ganz links ist noch einer. Ah, schade. Der ist einmal nicht gestorben. Der war verletzt, aber der ist einmal nicht gestorben. Der war nicht verletzt, der ist jetzt nicht hingelegt. Ich dachte, den habe ich jetzt mit meinem letzten Schuss noch verletzt. Nee. Alter, guck mal, was haust du gegen dein Mikro so? Boah, letzte Runde müssen wir wieder. Ach, wir spielen gegen vier? Schon die ganze Zeit? Letzte Runde schon. Echt? Mit dem kann ich wenigstens spielen. Und dann drückt mir die Fotze da von eben gerade so ein Headshot, ey. Machen wir vorsichtig. Angreifen, ne? Hm. Keine Harakiri-Aktion. In der Merlin heute ist Capcarn. Ich glaube, die sind wieder Küche, oder? Das hier immer runter. Doch, die sind, glaube ich, die sind wieder Küche, glaube ich. Ja. Kann ich angehen. Die kriegen dreimal die fucking Küche. Wie kann man in drei Verteidigungsrunden dreimal die Küche bekommen? So. Kuba? Ja. Ich will Fenster. Gute Idee oder schlechte Idee? Ich, ich schau, ich schau wieder, ich schau wieder mit der Drohne durch. Also, ich kann dir Bescheid sagen, ob da jemand hinschaut. Also, ich kann dir sagen, ob es dumm ist oder nicht. Okay, jetzt haben sie es abgesperrt. Also, die gehen nicht mehr in die Küche rein. Ist auch schlauer. Dann werfe ich da mal in meine Drohne rein. Ja, da ist der Kärbchen. Also, von hier oben sich in der Küche kein. Ja, die Küche haben sie auch vorbeikardiert. Da, geht, da ist es. Okay. Ich markiere dir ständig, wenn du mit dem Schlitzer das Gold wert. Ha, du kriegst mich nicht, Fotze. Ich nervte die gerade so hart. Ich geh den gerade so hart auf die. Ja, wahrscheinlich campt der eine jetzt die ganze Zeit nur von dem Schlitz, nur damit ihr die Drohne jetzt kriegt. Nee, doch nicht. Okay, jetzt haben sie es wieder aufgerissen. Der schaut, der schaut. Ich hab das, ich hab das aufgerissen. Ich hab das weggesprengt. Ja, der Bandit hat kurz geschaut. Ja, gut, dann mach ich da jetzt Stress. Ich bleib da einfach mal. Der campt wieder an derselben Stelle. Alter, ich fick die gerade so weg mit der... Oh, und von wo? Ach, schade. Na, hab sie genug genervt. Daniel, warte, ich komm mit von oben. Ich bin viel übs. Muss ich oben rein füßen, ne? Hier oben war noch. Ich hab mich bei der Küche gerade eingesehen. Am Fenster? Ja. Greni ist auch oben. Das ist halt vorsichtig, ne? Wenn die dich treffen, ist Headshot. Den ersten Schuss hat er vorbeigesetzt und beim Zurückgehen hat er mich noch getroffen. Boah, ist wie ein Witzscheiß. Du weißt, das ist genau der Raum, Dinger. Ja. Mann, ich wollte erst da hinten reingehen, aber da hab ich den gesehen, ne, wo ich kriege. Nice one. Nice one. Pass mal auf, Srap, die glauben doch jetzt bestimmt, da geht keiner mehr im Küchenfenster, oder? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Die haben von beiden Seiten geguckt, aufs Küchenfenster. Ich wurde von rechts gemacht. Ja, ich weiß, dass das was weißer, ja. Links auf den hab ich geguckt und von rechts wurde ich gemacht. Sag mal, hat noch einer ne Drohne von euch? Ja. Daniel, kannst dich mal irgendwo verstecken und mal in die Küche fahren und gucken, ob da welche sind. Willst du dich mal ablenken mit ner Drohne? Jo, Moment. Unter hat hier den Raum, quasi zwei Etagen. Ja, ich weiß. Oder haben wir hier noch ne Drohne irgendwo? Ne, nur da nix. Also, ich seh grad, ah, die sind, ja. Wieder gerade... Rechts durch? In dem Gang quasi. Einer wartet an der Tür zu dem Gang. Wenn du gerade durch durch die Küche guckst, quasi. Und da ist einer, ne? Ja. 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 Oh, die war irgendwo zu viel. Kann ich den nicht von hinten holen? Ja, genau da kämpft einer. Na, die backt in der Wand. Der ist doch mitten in der Küche, oder? Das ist der, der, ja, der ist rechts. Das ist der, der mich gemacht hat. Deswegen durchs Küchenfenster gucken würde es rechts. Hä, what the fuck? Der backt da voll in der Küche gerade rum. Eigentlich steckt er doch... Ja, und jetzt ist er wieder weg. Komisch. Ja, Junge, kann ich dich noch saven? Ja, wenn du kommst, kannst du ihn machen. Der kommt zu mir. Wenn du kommst, kannst du ihn durchs Fenster machen. Rechts vom Fenster ist der Cooper. Bei Jungen ist jetzt da, genau. Da, wo das Fenster auf, jetzt bin ich tot. Okay, schade. Aber wenn du durch das Fenster gehst, wo ich gestorben bin, da, wo ich gestorben bin, da ist das Fenster auf rechts. Gerade zu rechts. Diagonal quasi so. Ihr müsst langsam, ne? 35 Sekunden. Sehr schön. Kommt rein. Der ist, der ist, der kommt von links. Da, da, da kommt der, Daniel. Genau von da kommt der, Daniel. Ja. Nein, schön. Schön, Jungs. Good job, guys. Starke Runde, Daniel. Da hast du auch die Ehre. Daniel hat dann die Ehre. Hat 36. Gut, ne? Dann war's was. Jo, gefunden. Wir sehen uns. 22 Uhr hat funktioniert. Habt ihr eine die Nerven behalten, ne? Es ist 5,5, Alter. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.